so dann wollen wir mal die nächste mission machen und dann wir sagen was auch für heute erstmal gucken was jetzt kommt wird das land verlassen und wenn ja wohin wohin wo soll es denn gehen werden wir direkt weiterreisen oder müssen wir noch wieder jemanden töten vorher ja das war geschlossen jemand hat nach dir gesucht der mark da gibt es wieder frauen bringen ärger in diesem spiel und in der wirklichkeit und die macht schon richtig ärger ja ja na auch ich kann es das spinne wer bist du ich nahm doch nur ein paar zu hier ich suchte nach euch miss jürgen leon ist wieder zu hause viel glück mit ihm ich hatte einen sohn tut mir leid nein er lebt noch ich verließ ihn das waisenhaus öffnete ich später das ist liebe liebe kann ein gefängnis sein sein vater lehrte mich das hier das waisenhaus das ist meine bestimmung leon sagte ihr hättet frankreich retten können kinder madame argo er ist hinter dem waisenhaus ok haben wir jetzt auch mal ein drähten frankreich oder was ist das jetzt da wird jetzt so der oberknaller wieder sperrgebiet bürger anhalt hey hey naja bevor du irgendwas machst junge bin ich schon dreimal über die dächer aber ich fürchte dass der kleine junge wenn ich so einen kackauftrag habe auf dem keinen bock habe vielleicht können wir auch einfach den jungen töten einfach so zack messer reingedärm raus naja hängen doch nicht hier fest ach alter schwede jetzt runter springen kleiner mann noch drei tage bis mein schiff in sie sticht jana und ich hole das artefakt und dann bin ich weg schön aber wie hast du etwa eine karte die zum tempel führt die liste der relikte die malereien in der höhle ich wusste doch dass ich die kannte sieh mal hier aber dieses hier fehlt ich meine das ernst komm in mein zimmer sobald du die zwei hast naja junge scheiße das ist so ein kind wenn man das sieht möchte man einfach keine kinder mehr haben glaube ich ja und jetzt also noch mehr notizen Blablabla, 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 kommen wir hier hoch? Ach ja, ist noch höher, da liegt der Schissmus. Ich hoffe, dass wir hier rechts irgendwie reinkommen. Das zu. Das auch zu. Ich will hier rüber. Nein, nicht da hin. Genau, und jetzt? Wo kommen wir hier mal rein? Nein. Okay. Okay. Mist rein, geht er ja mal raus. Aber wenigstens kommen wir jetzt direkt hin zu dem Mission. Blablabla, oh, warte. Blablablablablablabl. Blablablabla, wenn sie mich gar nicht sieht. Relikte der Tralala. Alles unwichtig. Gehen wir wieder zurück, wo wir den Typen gekillt haben. Dann scheint er weiter nach oben. Gehen wir wieder zurück. So, was anderes wieder interessiert mich gar nicht. Scheiß auf die Rätsel, Junge. Ich bin jetzt gerade ehrlich ein klein wenig verwirrt. Ich glaube aber, wir sollen da hin. Special Move geht hier wahrscheinlich nicht. Gehen wir mal hier am Fenster ran. Nein. Siehst du, hier kommen wir schnell runter. Folg die Rätsel, folg die Menschen. Die Koop-Scheiße, ne? Oh, oh, oh. Ja, ja, schreit rum, flennt rum. Ich weiß nicht, was das für ein Symbol ist. Ich will aber mal gleich mal reingucken. Was steht denn da? Ach, irgendeinen Penner befreien, ne? Wo in deiner Hose was? Wo in deiner Hose was? Nein. Oder doch? Irgendwie bin ich jetzt verwirrt. Ich will diese Relikte finden. Ich kriege aber irgendeine andere Gurken-Mission. Oh, muss ich da suchen. Ich befürchte ja, dass es ein Fehler war, hier lang zu laufen. Ich laufe mal eben nochmal zurück. Jetzt einfach mal die Kiste. Das ist schon wieder ein bisschen kacke. Das ist schon wieder. Das ist schon wieder. Du hast hier gar nichts raus, Alter. Du hast hierhin ein bisschen weg. Oah. Du hast es hier gar nicht geraicht. Du hast es nicht gepackert. Ich bin hier auf der Kiste. Das gibt es hier gar nicht. Da hängt die mal wie Rauchbomben. Da lacht das Herz. Den Deluxe den Hut abfangen, wenn wir schon mal hier sind. Nein, das ist hoch da. Spacko, rüberspringen. Jetzt mal wieder ab zurück. Gehen wir wieder am Friedhof. Da ist das Seil, da wird hier so ein Typ gefangen, achso, wer bist du denn? Spart euch eure Tatkraft für unsere Feinde auf. Was ist das denn? Irgendwelche scheiß Rätsel, die gehen mir am Arsch vorbei. Spacko, rüberspringen. Hm, wahrscheinlich jetzt müssen wir da weitermachen. Was ist das hier? Legende. Schauen wir mal. Behälter. Was soll das sein? Korkaden. Jetzt haben wir gleich abgebildet, oder? Da wo der Feiger drauf ist. Ein Wahrzeichen. Na, wir haben 20 Minuten voll. Ich denke mal, ich mach hier mal Schluss. Mach aber noch die eine Folge noch, das scheiß Rätsel gelöst ist. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.